Beim anderen Portal haben wir eigentlich, wie soll ich sagen, eine Felswand direkt beim Portal runter, deswegen muss man so eine Wende sozusagen, oder Pfeiler hochziehen. Ich habe sie strukturiert jetzt und jetzt werden wir sie anmalen, damit ich mir aber eben die Finger nicht zu dreckig mache, habe ich eben drunter eine Nadel reingesteckt, jetzt kann ich sie in der Hand halten und gleichzeitig eben malen, jetzt werden wir nur einmal Grau abmischen, den Pinsel kannst du vergessen, der ist schon K.O. Mal schauen. Also das ist jetzt nur die erste Farbgebung einmal, das Grau, Stein, Grau, was wir zusammenbringen wollen, zusammen, passt. Gut, gut, und jetzt gehen wir es an. Ich habe deswegen drei, einfach eins zum Ersatz, zwei brauche ich, aber eins habe ich gleich für Ersatz gemacht. So. So. Jetzt ist der Ariex auch da. Siehst du, ich zeig dir das mit meiner Farbe, gell? Die Graue Farbe nehmen und schön anmalen, gell? Ja. Das wird einfach nicht. Ja. Okay. Vielleicht wird da noch ein bisschen mehr. Okay. So. Mhm. So passt sie nicht. Schau, da oben halte ich das in der Hand so mit der Nadel, damit die Finger nicht dreckig werden. Und dann musst du auch schon schön aufpassen, dass du das so machen, damit das nicht kaputt wird, gell? Mhm. Dann auch schauen, dass du in die Ritzen reinkriegst, gell? Dein ist ja schon fast da. Heißt du dann das so? Mhm. Okay. Hast du eine rote Nadel? Nein, blau. Okay. Nimmst du auch eine rote Nadel oder die? Du hast die, das tut dir das an. Kann ich auch drüber malen? Ja, ja. Du musst ja alles anwalten, gell? Außer hinten musst du nicht. Aber wenn du es machst, ist das auch kein Problem. Oben auch ein bisschen. Unten war nicht notwendig. Warum will ich es ja auch nicht machen? Das Problem, ich habe das gar kein Problem, ja. Ja, na geh. Passt. Ich bin gleich fertig, gell? Ja, solange du kannst, mach. Und sonst da gehst du dann auf das WC, gell? Achtung. Okay. Jetzt tue ich da hin, gell? Passt. 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 Hardje. Jetzt muss man sie ins Wasser stellen. So, und zwischen mal viel weiter ... So, unser kleiner Junge ... hat zwischendurch andere Probleme. Er ist noch nicht ganz, wie soll man sagen, konzentriert. Ein bisschen schwarz nehmen. Jetzt wieder zu viel. Das ist schwer bei diesen großen Thunen. Da klappt man halt, da kauft man eine große Thun zum Sporen und dann verwendet man einfach zu viel Farben. Aber man kauft diese große Thun, weil ich so viel Farben brauche. Passt. Ja, entschuldigt, wahrscheinlich brabel ich wieder. Und dieses Kärntner-Gebrabel, das ist ja eine Katastrophe, gell? So, warte jetzt mal. Das ist jetzt ein bisschen hinkler. Bis wieder da. Bis wieder da. Juhi, Juhi, Sasa. Und das meins? Das ist dein. Danke. Ich helfe dir mehr. Ich helfe gern dir. Okay. Tschüssi. Macht Spaß, gell? Mhm. Du musst auch aufpassen, dass alles Gelbe schwarz wird. Mhm. Ich meine Grau ist sehr grau vor. Mhm. Ich will das jetzt noch zu machen. Wo? Nicht übersehen. Boah! Nein, ich will das auch die Wasserwecke tun. Nein, ich habe nur das so geweilt. Hast du die Augen geputzt? Hehehe. Wo war es schon? Wo? Da. Ja, die, ja. Nehmen wir noch ein Tuch. Dann putzen wir es rechtzeitig runter. Dann waschen wir es auch weg, gell? Mhm. Ich gebe mein Bestes fürs einmal. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst. Mehr braucht man auch nicht. Aber ich habe eine Idee. Immer ist... Mit dir... Den... So. So. Und... Ich habe es umgedraht. Hey. Du bist ja schneller. Warten wir die so herren, weil sonst da sehen sie die nicht schon. So sehen sie die besser. Außerdem hast du mehr Licht. Du mehr Leif, warte mehr auf, Schatze. Tja. Du musst jetzt kurz mehr Farb drauf tun. Dann auch noch so drüber wischen. Du musst dich in der Arschwunsch werden. Das da. Mhm. Und dann schön verteilen und schauen, dass die Rillen wieder rauskommen. Weißt du? Du musst dich in der Arschwunsch werden. Wie schon nennt man das Rillen? Na ja, das ist dort, wo die Steine aneinander kommen, ist eine Rille, ne? Ja. Eine Ritze. Eine Fuge. Ja. Bei den Steinen sagt man eigentlich Fuge, ne? Aber jetzt da bei dem Kleinen. Du musst festhalten. Haltest du? Mhm. Dass du es nicht nachgibst, siehst. Ne. Malz. Ja. Dann jetzt eher, schau. Wo? So, schau. Jetzt tust du es dann nach, schau. Und dass man das nicht mehr sieht. Jetzt tust du so schön den Fugen entlang. Da. Wie da. Den Fugen entlang, schau. Und dann kommen die Fugen raus. Siehst du das? Mhm. Einmal in der Mitte, damit die Mittelfugen mehr rauskommen. Und dann. Ja. Da müssen wir auch noch, ja? Hast recht. Und da müssen wir auch noch, schau. Da machen wir auch. So, schau. Dann kommen auch die Fugen schön raus. Was sind Fugen? Fugen sind ja, du meinst diese Rinde da. Rillen, ja. Genau. Da müssen wir auch noch schauen. Guck mal! Sehr schöne Vogel! Mhm. Cool. Was? So. Wir wären fertig. So. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir warten, gell? Ja. Jetzt müssen wir warten. Die Pinsel tun wir da rein, schau. Jetzt müssen wir warten, bis trocken ist. Geht eine Hände waschen dabei. Das wird eine Innenwand vom Tunnel. Und das Parzell selber hat schon eine Struktur. Das heißt, ich werde jetzt nicht noch zusätzlich Querstriche machen. Man ist halt betoniert worden, sag ich so jetzt. Und wir werden jetzt einfach mit einem gröberen Pinsel, mit dem da, das schön grau machen, dass das ausschaut, wie eine Betonwand. Und ein bisschen später im Video seht ihr dann, wo das hineinkommt. Also wie das in den Tunnel hineinkommt. Das ist jetzt nur einmal ein Teil, das Parzell hat eben nur eine Länge von 79 cm gehabt. Jetzt habe ich einmal eine Länge von 79 cm gemacht. Das ist in Wirklichkeit 1,19 m. Das malen wir jetzt da noch an, dann haben wir einmal die erste Innenwand. Da kommen vorher noch ein paar Zusätze. Also bei dem müssen wir nachher noch 20 cm dazu tun. Oder noch 50 cm dazu. Und auf der anderen Seite haben wir ja Löcher zum reinschauen. Da müssen wir dann halt ein bisschen weniger. Aber eben soll der Tunnel auch drinnen eine schöne Wand haben. Und weil man halt immer wieder von einer Seite hineinschauen kann, mache ich das jetzt da wirklich auf der Innenseite durchgehend. Auf der äußeren Seite, da schaue ich mal, ob das unbedingt durchgehend sein muss. Wieder wie gesagt, dass da jetzt so Löcher drin sind oder was. Das stört mich jetzt nicht, weil, also ihr seht vielleicht, dass die Struktur hat eben so einen Seitenstreifen. Das schaut dann aus, als hätte man halt eine betonierte Wand. Und dass da jetzt so wie da oder da so ein Loch drin ist, das stört mich jetzt nicht, weil auch im Real Life gibt es manchmal eben Schäden. Und das schaut dann vielleicht nur noch realistischer aus. Gut. Wer hätte es euch da jetzt nicht? Das kann uns nicht sagen. Als erstes einmal danke für die vielen lieben Kommentare vom letzten Video. Ganz begeistert, dass ihr eine Freude habt mit unserer Arbeit. Was will ich da jetzt machen? Das sind die Innenwände vom Dundel, die ich schon vorbereitet habe und auch einmal schon grau angemahlen habe. Und die werden wir jetzt noch ein bisschen präparieren. In dem Sinn, dass wir schauen, Wasserflecken, ein bisschen Rostflecken. Ich habe jetzt dafür eben genommen, habe da das Weiß. Das Weiß werden wir da einmal darauf drauf geben. So. Und das ist so ein braunes Pulver, Old Rust, extra für Modellbau. Ich muss zugeben, da habe ich noch keine Erfahrung. Wie ich das da machen werde, weiß ich noch nicht. Oft ist ja auch etwas, wie soll ich sagen, Eisen drin. Okay. Also ich glaube, dass da jetzt der Profi dabei ist, da bin ich jetzt wieder einmal etwas Neues. Aber, klar, das ist gar nicht so deppert. Ich werde das da, ich tauche ein bisschen den Pinkel in dieses Pulver ein. Und mache dann einmal ein paar braune Flecken, weil ich dann jedes, das ein bisschen wieder versuche, runterzuholen. Und so haben wir einmal braune Flecken. Hier habe ich noch Pulver, das verwende ich wieder. Und wir werden jetzt mit dem da. Zuerst einmal Wasser holen, da hergeben, ein bisschen Weiß, da kriegt man schwarz ein bisschen drauf. Und da, das ist das obere, okay. Wir werden so Wasserflecken machen und in dem Fall werden wir auch mit einem anderen Pinsel, nach der Zermal. Ja, mit dem da. Ein bisschen Verteil. Gut. Ich glaube, man sieht eh im Video schön, wie es jetzt ausschaut. Da wäre ich jetzt da, aber noch einmal ganz vorsichtig. Ich bin da braun drüber. Gut, und jetzt dann noch ein bisschen Restores. Nicht so flüssig, damit man es auch ein bisschen siegt. Ja. Erstens, das sind Kalkflecken, die eben durch eintretendes Wasser sein soll. Okay, dann machen wir ein bisschen Nass wieder, wenn es zu stark wird. Passt. Also ich verwende immer Klopapier oder Küchenrolle für das Ob. Sehr gut. So. Gut, so schaut einmal der erste Mauerteil aus. Entschuldige, dass ich das... Schaut recht gut aus, finde ich. Das kommt dann eben als Wand in den Tunnel hinein. Da habe ich jetzt mehrere Teile. Einen ganz langen habe ich auch. Den mache ich jetzt gleich mal als nächstes. Aber dass ihr mal grundlegend seht, um was es geht und was ich mache, habe ich jetzt das einmal an dem Stück euch gezeigt. Damit ihr seht, wie das jetzt das gesamte Mauerwerk fertig ausschaut, repariert. Also ihr seht, ich habe da überall jetzt Rost- und Wasserflecken gemacht. Und jetzt kommen diese Wände dann in den Innenbereich des Tunnels angeklebt. Dann sind wir einmal mit dem Tunnel innen fertig. Also wie gesagt, da und da und auch dort habe ich müssen, ein bisschen dazugeben, damit ich da eine Gerade runter habe. Da muss ich mich korrigieren. In einem meiner Videos, wo ich das eben gemacht habe, habe ich gesagt, naja, das ist innen, das ist egal. Aber da wusste ich noch nicht, dass ich das innen auch schön gestalten will. Und wenn man das innen gestalten will, dann ist es nicht mehr so, dass es egal ist, sondern wir brauchen eben, wir brauchen eben das wirklich zum, schön, damit wir eben das dann auch da wirklich eine Gerade hinunter haben. Ich habe mich jetzt entschlossen mit dem Heißkleber, weil ich nicht mehr möchte. Okay, der ist noch ein bisschen zu wenig heiß. Müssen wir warten, bis er mehr heiß ist. Weil ich nicht möchte, dass nochmals Nadeln hineinstecken möchte zum Befestigen. Weil das nicht wirklich stört, dass ich dann so eine Löcher drin habe. Und mit dem Heißkleber, okay, da braucht man keine Nadeln, der klebt dann wirklich gleich. Das heißt, wir werden jetzt diese Bände ankleben, die ich da vorbereitet habe. Und ja, wenn die dann drin sind, werde ich versuchen einmal mit dem Handy eine Aufnahme zu machen. Mit meiner Kamera eine Aufnahme zu machen, wie das ausschaut, wenn der Zug durchfährt. Ich weiß zwar noch nicht, wie das machen wir, aber ich werde es machen. Passt. Das erste Stück ist einmal der. In dem Fall muss eben der Heißkleber sehr heiß sein, damit er eben auch nach der, wenn man länger braucht, so wie jetzt da, zum einen, dass er trotzdem noch klebt. und trotzdem noch so auch verformbar ist, weil wenn man dann das dazu drückt, sollte es ja ein bisschen flacher werden. Gut. So. Die erste Wand haben wir einmal. Dann wollen wir mal was reinspritzen. Dann wollen wir auch noch was haben. Dann wollen wir mal was rein gehen. Eingesetzt als Wand. Damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Wie ihr seht hat der Opa schon was richtig gemacht und wir wollen euch danken, dass ihr das Video angeschaut habt und sonst könnt ihr unseren Kanal AlexMobaOpa abonnieren und lasst für uns ein Like da, damit wir wissen, dass es euch gefallen hat, was der Opa euch gemacht hat. Tschüss! Bye! Danke!